Lust dabei zu sein? Der Landkreis Neustadt an der Aisch Bad Winsheim lädt ein zur Genussmesse Lust auf Regionales. 40 Aussteller verwandeln das Kur- und Kongresscenter Bad Winsheim am 11. und 12. Mai in einen Markt für alle Sinne. Probieren und genießen Sie sich durch die kulinarische Vielfalt von Frankens Meerregion.